Jennifer Garner und Ben Affleck waren 13 Jahre lang verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder. Wie steht sie zur wiederentfachten Liebe ihres Ex-Mannes mit dessen Ex? Das Liebeskarussell dreht und dreht sich. Zwar haben weder Ben Affleck, 48, noch Jennifer Lopez, 51, sich persönlich zu ihrer Liebesreunion geäußert, verstecken wollen sie sich aber offenbar auch nicht mehr. Nach einem Liebesurlaub in Montana haben sich die beiden Turteltauben eine schöne Zeit in J. Los Villa in Miami gemacht, und auch beim romantischen Dinner-Date in Los Angeles versteckten sie sich nicht vor den Paparazzi. Im Gegenteil, es wurde gekuschelt und geknutscht. Was hält aber Ben Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner, 49, von der wiederentflammten Liebe ihres Ex-Mannes? Jennifer Garner ist fein mit Ben und J. Los. Wie ein Insider gegenüber Aswikli jetzt verrät, sei die Schauspielerin absolut einverstanden damit, dass ihr Ex wieder mit seiner Ex anbendelt. J. Los hat den Segen von Jennifer Garner, so die Quelle gegenüber der US-Publikation. Zwischen den beiden Frauen scheint also kein böses Blut zu herrschen. Im Gegenteil, J. Los denkt, dass Jennifer eine liebenswerte und wundervolle Person sowie eine wunderbare Mutter ist, so der Insider aus dem Umfeld der Hollywood-Schauspielerin. Dass auch seine Ex ihren Segen für die neue alte Liebe gegeben hat, dürfte den 48-Jährigen freuen. Immerhin haben sie noch regelmäßig Kontakt miteinander. Nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Kinder Violet, 13, Serafina, 12, und Samuel. Neunter und Benefer scheinen es nicht nur ernst mit ihrer Reunion zu meinen. Sie wollen offenbar auch keine Zeit verschwenden. Im Sommer würden sie so viel Zeit miteinander verbringen wollen wie möglich, verriet eine Quelle People. J. Los soll sogar schon darüber nachdenken, zu ihrem Liebsten nach Los Angeles umzuziehen. Wie US-Medien berichten, schaue sie sich derzeit nach geeigneten Schulen für ihre Zwillinge Emme und Max, beide 13, um.